Roland Lothar ist ein deutscher Politikwissenschaftler. Biografie Lothar erlangte seine allgemeine Hochschulreife 1981 in Ratingen. Anschließend studierte er von 1981 bis 1987 Politikwissenschaften, Soziologie und Germanistik an der Universität Düsseldorf sowie im Nebenstudium Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln. 1987 schloss er sein Studium an der Universität Düsseldorf als Magisteratium ab. Nach einem Promotionsstipendium wurde er dort auch 1994 mit einer Arbeit über Verfassungsgerichtsbarkeit und Föderalismus zum Dr. Phil. Promoviert Von 1999 bis 2001 war Lothar Direktor des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Bremen. Seit 2004 ist Lothar Inhaber der Professor für Politikwissenschaft, insbesondere das politische System der Bundesrepublik Deutschland. An der Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr Hamburg. Werke Imperiale Verfassungsgerichtsbarkeit und Föderalismus Das Judicial Committee of the Privy Council und der BNA Act Baden-Baden 1995 Univ Düsseldorf 1994 ISBN 3-7890-3837-7 Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland Zweite Vollständig über A. Aufl-O-Pladen Als Herausgeber Die Integration des modernen Staates Zur Aktualität der Integrationslehre von Rudolf Sment Baden-Baden 2005 ISBN 3-832914218 darin Rudolf Sment's Integrationslehre und die institutionelle Rückgewinnung des politischen im modernen Staat des permanenten Übergangs S. 35-67 Sister